Aber eigentlich wollte ich jetzt nur über diese Straße. Ich auch. Was, du auch? Ja, echt? Wollen wir hier zusammen gehen? Au ja, au ja, los geht's. Aber du musst jetzt ein bisschen schnell laufen. Warum? Na ja, du bist doch eine Schnecke. Aber Schnecken sind doch flatt. Ha, ha, und schnell. Also gut, da lang geht's. Komm, bitte. Um die Ecke kommt die Schnecke, da schwimmt die Schnecke.